Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute habe ich diesen bezaubernden Look kreiert. Ich finde, der ist dramatisch, auffällig, aber eignet sich irgendwie auch für manche Alltagsgeschichten und ich habe hierfür einige neue Produkte verwendet, die meisten davon von einer ganz bestimmten Marke, die, wie ich finde, in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also seid auf jeden Fall gespannt und falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dem mein Content, mein Video hier gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und wenn du anschließend das kleine Glückchen hier unter dem Video einmal aktivierst, dann bekommst du auch jedes Mal eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht und das alles ist für dich auch völlig kostenlos. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich zu diesem schönen Look gekommen bin, welche Produkte ich verwendet habe und welche Marke ich da meinte, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. So, dann starten wir doch wie immer direkt drauf los. Als erstes möchte ich einen Primer auftragen. Meine Hautpflege ist schon einige Stunden her, es ist schon nachmittags und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dann auch eher mal einen Primer verwende. Normalerweise bin ich ja nicht so der absolute Fan von Primer oder der absolute Verfechter von Primer. Ich habe hier heute aber einen von Wet n' Wild auch. Das ist der Prime Focus Primer Serum Hydrating. Der ist sehr, sehr flüssig und hat so ein bisschen Schimmerpartikel drin und der kommt hier in so einer praktischen Kipette und ich gebe mir das einfach hier so mal auf die Hand. Ich gebe mir einfach die Menge, die jetzt rausgekommen ist, einfach auch auf die Hand. Ich verteile mir das ein bisschen in den Handflächen und trage es mir tatsächlich einfach auf wie ein Serum. Durch diese leichten Schimmerpartikel wirkt die Haut auch gleich ein bisschen gesünder, ein bisschen dewy und er lässt sich auch sehr schön in die Haut einarbeiten, gibt ein schönes, frisches Gefühl und was ich auch sehr schön finde, ist, dass er relativ schnell auch runter trocknet und dann auch so diese klebrige Konsistenz hat, die ein Primer auch häufig hat, damit die Foundation auch ein bisschen besser hält. Und als Foundation habe ich auch eine von Wet n' Wild. Und zwar ist es die Photofocus Foundation in der Version dewy und die mag ich wirklich richtig, richtig gern. Auf jeden Fall sollte man flüssige Produkte immer gut vorher schütteln, bevor man sie aufträgt. Vor allem auch solche dewy Produkte, weil die sind meistens noch mit mehr Komponenten, die man einfach dadurch noch besser verbindet. Und ich habe hier die Farbe Classic Beige. Die ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel und auch ein bisschen zu rötlich, aber ja, ich trage sie trotzdem ganz gerne, muss ich sagen. Was ich nicht so schön finde, ist dieser Spachtel, mit dem es kommt. Ich finde das ein bisschen unhygienisch, weil man damit ja auch immer seine Hand auch berührt oder seine Haut. Auftragen tue ich es mir heute mit einem Pinsel, so wie für gewöhnlich auch. Und ihr könnt auch vielleicht sehen, dass die Farbe auch ein bisschen, ja, nicht ganz mein Hautton ist, aber I make it work. Die hat auch so einen ganz leichten, sehr angenehmen Duft irgendwie. Irgendwie erinnert er mich an Sommer, an Pool. Ich kann es nicht so richtig sagen. Sehr frisch irgendwie. Und ich habe jetzt einfach wirklich die komplette Foundation von meinem Handrücken eingearbeitet. Also das entsprach schon so eigentlich ein bisschen mehr als einem normalen Pumpstoß. Man kann auf jeden Fall sehen, wie schön du sie ist. Also ich finde das wirklich einen richtig schönen Effekt. Ich mag das ja persönlich total gern, aber sie ist halt nicht wirklich deckend. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach nochmal eine nicht ganz so große Menge wie eben und nehme mir nochmal einen Pinsel. Der hier ist auch von Wet n' Wild. Der hat eher größere Poren und was ich sehr gerne mag an dem ist, dass er so richtig schön weich und bouncy ist. Und mit dem arbeite ich mir einfach nochmal ein bisschen Foundation auch obendrauf. Das mache ich ja eigentlich auch immer. So und einen Concealer habe ich auch von Wet n' Wild. Und zwar ist das auch der Photofocus Concealer in der Farbe Light Ivory. Ich blende mir den auch wieder mit meinem Schwämmchen. Das Schwämmchen feuchte ich natürlich immer an. Ihr solltet eure Schwämmchen immer anfeuchten. Das sage ich viel zu selten, glaube ich, aber genau mit einem angefeuchteten Schwämmchen lassen sich die Produkte viel, viel besser auch verblenden. Und so sieht er einmal ausgeblendet aus. Also ich finde, dass er das Gesicht schön aufgehellt hat, aber dass es nicht so extrem ist, wie es vielleicht doch auf den ersten Moment den Eindruck gemacht hat. Und was ich eben auch finde, ist, dass ich diese etwas zu dunkle Foundation damit einfach gerade auch im Zentrum meines Gesichts sehr schön aufhellen konnte. Und jetzt macht es mir auch gleich wieder viel mehr Spaß, weiterzuarbeiten. So, dann machen wir doch mal mit einem für mich neuen Produkt weiter. Und zwar ist das der Highlighter hier von Wet n' White. Das ist der Mega Glow Highlighter Highlighting Powder in der Farbe Precious Petals. Und ich habe auf jeden Fall schon einen ähnlichen Highlighter. Den habe ich auch schon mal in einem Video ausprobiert, auch First Impression. Und dieser hier, der ist neu, den habe ich zugeschickt bekommen. Der hat eher so eine goldige, peachige Farbe und ich werde den mal swatchen, damit wir ihn mal gemeinsam anschauen können. So sieht er einmal aufgetragen aus mit dem Finger direkt. Ich bin ganz gespannt, wie der jetzt auf meiner Wange aussehen wird. Ich trage ihn hier mit einem richtig schönen Highlighter auf und wow, also der hat auf jeden Fall Wumms. Und ich denke, man wird auch nicht allzu viel davon brauchen, je nachdem, was für einen Highlighter-Typ ihr seid. Finde ich auf jeden Fall einen richtig schönen, auch recht natürlichen Glow. Und ja, ich würde jetzt eigentlich fast auch schon dabei bleiben. Ich versuche jetzt aber trotzdem mal, den auch noch ein bisschen aufzubauen, um zu gucken, ob das überhaupt geht bei dem. Ja, also das kann man sehr, sehr schön machen. Ich mag solche Highlighter, die einfach einen richtig schönen Schimmer haben, keinen Glitzer. Und das ist auf jeden Fall ein Highlighter, den ich sehr gerne weiter verwenden werde. Gerade jetzt auch für den Sommer mag ich solche goldigen Farben einfach auch total gern. Und ja, die meisten von uns werden ja dann auch ein bisschen braun und so. Deswegen glaube ich, dass der auf jeden Fall auch für jeden was ist. Und was ich auch glaube, ist, vielleicht jetzt nicht unbedingt so für ganz helle Typen, aber für etwas hellere Typen als mich, glaube ich, kann diese Farbe auch schön sein. Obwohl die halt so goldigen Ton hat, glaube ich, dass die trotzdem auch für hellere Hauttöne recht schön sein kann. Also ich persönlich mag es sehr gern. So und das nächste für mich neue Produkt und das scheint auch noch nicht allzu alt in der Druckerie zu sein, ist dieser Bronzer hier von Wet n' Wild. Also hier steht auf jeden Fall auch New drauf und die Farbe heißt What Shady Beaches. Die ist auf jeden Fall auch relativ dunkel und was ich auch gesehen habe, ist, dass der so leicht schimmert. Und ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Der ist sehr warm, der ist sehr sommerlich. Deswegen passt auch die Farbe Beaches oder der Name der Farbe mit Beaches ganz, ganz gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der so performt. Ich werde die mal mit dem Finger aufnehmen ein wenig. Der Schein ist, das wird wahrscheinlich die Kamera jetzt nicht auffangen, der Schein ist wirklich ganz, ganz leicht. Vor allem jetzt natürlich neben dem Highlighter nicht so doll. Aber ja, ganz, ganz natürlich irgendwie. Und ich nehme hierfür einen recht großen Pinsel, einfach weil die Farbe wirklich sehr dunkel ist und ich nicht allzu viel overboard gehen möchte. Ich nehme hier dafür meine Haare immer so ein bisschen zurück und trage mir das hier mal so in ganz leichten Bewegungen auf. Also ich berühre kaum meine Haut und trage mir die Farbe einmal auf. Ja, also auf jeden Fall nicht allzu stark pigmentiert, was ich sehr gut finde. Aber eine sehr, sehr schöne Farbe, auch nicht so warm, wie ich jetzt erwartet habe. Wobei ich auch sagen muss, ich persönlich komme mit warmen Farben immer sehr, sehr gut zurecht, weil ich einfach auch eher so ein warmer Hautton oder Hauttyp bin. Also der Bronzer gefällt mir sehr gut. Ich persönlich bin ein absoluter Bronzer-Lowar. Also ich liebe einfach den Schritt des Bronzers, weil es einen einfach sehr gesund aussehen lässt, sehr frisch, sehr, ja, einfach sommerlich irgendwie. Und deswegen mag ich den Schritt des Bronzers, des Bronzer-Aufgebens auch persönlich sehr, sehr gern. So, dann habe ich mir jetzt schnell noch einen Blush aufgetragen. Hierfür hatte ich jetzt aktuell kein neues Produkt, auch keins von Wet n Wild. Ich habe es einfach ein bisschen dezenter gehalten. Und um diese sehr, sehr schöne Base, die mir richtig gut gefällt, jetzt auch ein bisschen zu fixieren, habe ich auch ein Setting Spray von Wet n Wild. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Aktuell bin ich sehr sparsam damit, weil ich irgendwie das so liebe, dass ich dann manchmal einfach das längere Zeit nicht mehr benutze. Das ist das Jungle Rock Setting Spray. Und das heißt Do Me in the Jungle. Das macht erstmal einen relativ unscheinbaren Anschein. Wenn man es dann aber sehr gut schüttelt, dann kann man auf jeden Fall auch diese schönen Schimmerpartikel in dem Produkt sehen. Das ist also ein Dewey Setting Spray. Und das riecht so richtig schön nach Kokos. Ich persönlich mag das sehr, sehr gern. Und was ich auch gerne mag, ist, dass es so richtig schön feinen Nebel hat. Und wenn ich merke, dass es fast völlig trocken ist, dann gehe ich nochmal mit meinem Schwimmchen drüber und presse mir alles so richtig schön in die Haut. Und das führt dazu, dass sich die Puderprodukte mit den flüssigen Produkten und meine Haut so richtig schön verbinden. Dann möchte ich mich jetzt gern um meine Augenbrauen kümmern. Und hierfür beginne ich mal mit einem Augenbrauenstift. Der ist jetzt hier von Catrice. Also nichts von Wet n' White und auch nichts besonders Neues. Das ist der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil von Catrice. Und ich habe ihn aktuell in der Farbe Ash Blond. Die gefällt mir wirklich richtig gut, um einfach wirklich meine Kontur und meine Augenbraue einmal so richtig schön zu zeichnen. Und anschließend gehe ich ganz gern mit einem dunkleren Stift nochmal rein. Und hier habe ich heute auch einen von Wet n' White. Und zwar ist das der Retractable Brow Pencil, Ultimate Brow. Der hat auf der einen Seite so einen Spoolie und auf der anderen Seite hat er so eine tropfenförmige Mine. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und ich habe hier die Farbe Medium Brown. Die ist allerdings relativ dunkel, muss ich sagen. Also seid auf jeden Fall, wenn ihr die nachkauft, auch vorsichtig damit. Und hiermit gehe ich mir einmal, indem ich ihn einfach so ein bisschen ankippe und die spitzere Seite nach oben lege, gehe ich mir einfach einmal und gebe mir hier, wo meine Haare auch noch recht dunkel sind, einfach auch nochmal Produkt mit auf. Ihr müsst bei dem auch ein bisschen aufpassen. Der ist sehr, sehr wachsig. Das heißt, der gibt auch sehr viel Farbe ab, dass ihr damit einfach nicht, ja, zu viel macht. Und ich bin dabei auch ganz vorsichtig. Also ich gehe nur mit ganz leichter Hand rein und trage mir hier einfach Stück für Stück das auf, verblende es auch immer wieder zwischendurch mit dem Spoolie auf der anderen Seite, schaue dann nochmal rein, gehe nochmal drüber und so weiter, bis ich dann für mich irgendwann das perfekte Ergebnis habe. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie lange ihr für eure Augenbrauen braucht. Also ich persönlich lasse mir gerade jetzt auch, wo meine Augenbrauen wachsen und ich mich irgendwie auch noch ein bisschen mehr an alles gewöhnen muss, lasse ich mir sehr, sehr viel Zeit und ja, möchte einfach, dass es möglichst schön aussieht. So, gesettet habe ich meine Augenbrauen jetzt auch noch mit einem Setting Gel und jetzt möchten wir uns mal um die Augen kümmern. Eine Base habe ich hierfür auch schon aufgetragen und Wet n Wild hat auch ganz viele sehr schöne kleinere, vor allem Lidschattenpaletten. Ich habe hier heute eine relativ neutrale, die aber auch so ein bisschen Pop of Color hat und zwar ist es die Rose in the Air Palette und ich finde diese Paletten sehr, sehr schön schwupp in die Handtasche oder in die Tasche geschmissen und ihr habt einfach für den Urlaub für zwei Wochen, für drei Wochen jeden Tag einen anderen Look, wenn ihr möchtet. Was ich auch ganz süß finde, das sehe ich gerade, ist, dass hinten drauf auch eine Anleitung ist für verschiedene Looks. Also ihr könnt hier ja from day to evening oder tonight einfach wirklich verschiedene Looks kreieren und ich finde es einfach ganz schön, gerade auch für Leute, die gerade mit dem Make-up anfangen, dass ihr einfach so ein bisschen so ein Guidance irgendwie habt. Und hier sind einmal die Farben, vorwiegend matt, was ich irgendwie auch echt schön finde, weil in den meisten Paletten, finde ich, ist immer sehr, sehr viel Schimmer. Man hat wenig da zum Ausblenden oder als Transition Shade und hier habt ihr allein schon zwei Transition Shades für hellere, für dunklere Hauttypen oder auch einfach für die verschiedenen Looks, finde ich auch ganz schön, steht auch extra dran. Und was ich auch schön finde, ist, dass die Transition Shade auch einfach ein größeres Pfändchen hat, denn da verbraucht man ja meistens auch einfach ein bisschen mehr. Und dann habt ihr insgesamt zwei Schimmertöne drin oder zwei Schimmerfarben, einmal diesen hier und einmal den. Finde ich auch sehr, sehr schön. In Kombination kann man es einfach ein bisschen mixen, man kann den auch einfach als Inner Corner Highlight auftragen und ja, wir lassen uns jetzt mal gemeinsam davon inspirieren. Als erstes möchte ich meine Base noch einmal ein wenig setten und hierfür bietet die Palette auch eine Farbe, was ich auch sehr schön finde. Die ist zwar ein bisschen gelblich, die Farbe, aber das stört mich jetzt persönlich nicht so sehr und einen Pinsel habe ich auch von Wet n' Wild. Ich bin zwar nicht komplett ausgestattet, aber zum Blenden eignet, der sich sehr, sehr schön zum Auftragen von Farbe und Pigment. Ich finde diese Pinsel, die einfach so ein bisschen fluffiger sind, aber nicht allzu fluffig und so ein bisschen leicht abgeflacht, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und genau, ich fange jetzt einfach mal an. Ich nehme mal diese, doch, ich nehme diese Farbe hier als Transition Shade. Ich nehme sie mir einfach auch mit dem Pinsel auf. Also wie ihr sehen könnt, die hat wirklich ziemlich, die ist wirklich ziemlich dunkel auch. Und die trage ich mir einmal hier mit ganz leichter Hand in meine Lidfalte auf. Ich trage sie mir einfach in die Lidfalte auf und verblende es mir dann einmal auch ein bisschen da drüber. Und mit dem Rest, den ich noch am Pinsel habe, gehe ich auch einmal an den unteren Wimpernkranz und trage mir hier auch noch ein bisschen was auf. Anschließend nehme ich mir so einen auch fluffigen, flach gebunden, aber abgeschrägten Pinsel und gehe einmal in diese Farbe hier rein und mische sie mit der. Farben haben ein bisschen Kickback, aber persönlich stört mich das jetzt nicht, denn ich habe keinen Fallout bisher. Und diese Farbe presse ich mir einmal hier schräg hinten auf mein Augenlid auf und ich tupfe mir erst mal das meiste vom Pigment wirklich hier hinten ab. Und dann ziehe ich mir den Pinsel mit ganz leichter Hand einmal hier auch in meine Lidfalte rein, um dort auch ein bisschen Farbe mit hinzugeben. Wow, also ich muss wirklich sagen, die Farben sind wirklich hochpigmentiert. Sie haben im Fähnchen wirklich Kickback, aber sie haben keinen Fallout und das ist ja eigentlich das, was wirklich interessiert. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Kickback oder Fallout sind, Kickback ist, wenn ihr in das Fähnchen geht, ich zeige es euch mal, und da einfach dann beim Rauftippen wirklich viel runterfällt. So, das seht ihr auf jeden Fall, dass das passiert. Das ist aber nicht so schlimm, weil ihr könnt auf jeden Fall hinterher was von dem Produkt abstauben, das solltet ihr auf jeden Fall immer machen. Und Fallout ist das, was dann eben auf dem Gesicht passieren würde, wenn ihr das Pigment auftragt und das krümelt einfach so runter. Das passiert meistens eher bei Schimmer- oder Glitzerfarben und ja, bei diesen Farben passiert das auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es für mich kein Dealbreaker, dass diese Farbe Kickback hat. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch eine Schimmerfarbe auftragen. Ihr könnt natürlich mit dieser Palette auch wunderschön einen matten Look zaubern. Ich persönlich liebe aber schimmrige Looks und deswegen nehme ich mir jetzt hier mal diese Farbe auf. Ich nehme mir Schimmerfarben auch immer mit dem Finger auf, weil sie so einfach am besten aufs Augenlid übertragen werden. Und die gebe ich mir mal hier aufs gesamte bewegliche Augenlid rauf. Die Farbe ist sehr dezent, also sie ist eher dunkel. Insofern ist sie nicht ganz dezent. Aber sie schimmert halt ganz dezent und ich persönlich mag das gerade auch sehr, sehr gern. Dadurch habt ihr so ein bisschen auch eigentlich den Effekt wie bei einem matten Lidschatten. Aber es ist eben trotzdem auch wenig Bewegung da und deswegen mag ich auch schimmrige Lidschatten persönlich sehr, sehr gern. Weil es mir jetzt aber ein bisschen dunkel geworden ist, gehe ich jetzt auch nochmal in diese Schimmerfarbe rein. Boah, die ist wirklich ganz, ganz weich. Und die trage ich mir jetzt auch einfach nochmal oben drüber auf. Ich tupfe mir die Farbe einfach erstmal auf. Und so gefällt es mir eigentlich auch wirklich noch viel besser, wenn es einfach so ein bisschen heller ist. Ich nehme mir jetzt nochmal hier meinen Blenderpinsel, den ich ganz am Anfang benutzt habe für die Transition Shade. Und gehe hier einfach nochmal ein bisschen über die Übergänge rüber. Und dann nehme ich mir ganz zum Schluss auch nochmal meinen kleinen Finger, gehe nochmal in diese Farbe rein. Und setze mich hier innen in den inneren Augenwinkel als Innercaller Highlight. Der darf bei mir nie fehlen. Das ist, wie ich finde, ein sehr schöner, alltagstauglicher Look. Mir ist aufgefallen, dass ich das sehr häufig sage. Aber ich schminke auch ehrlicherweise am liebsten alltagstaugliche Looks, mit denen man auch einfach ein bisschen was anfangen kann. Und jetzt nehme ich mir nochmal ein bisschen was von dem Pigment, was auch noch am Pinsel ist. Und gebe mir hier ganz außen, das ist diese dunkle Farbe gewesen, ein bisschen was mit auf. Ganz wenig, um einfach oben und unten nochmal so ein bisschen zusammenzuziehen. Und falls euch das irgendwie zu abgehackt ist oder so, geht ihr auch da nochmal mit eurem Blenderpinsel rein und verblendet unten einfach nochmal die Farbe. Falls ihr übrigens das Gefühl habt, dass ihr hier oben ein bisschen unangenehmen Übergang habt, dann könnt ihr jederzeit, und deswegen mag ich es auch sehr gern, wenn solche Farben in diesen Paletten sind, könnt ihr in diese weiße Farbe reingehen und einfach da nochmal ein bisschen drüber blenden. Und das führt einfach dazu, dass das Ganze ein bisschen feiner wird und einfach auch wieder farblich ein bisschen ausgeglichen wird. Was ich auch ganz gern mache, ist mit so einer Highlightfarbe auch nochmal ein bisschen unter meine Augenbraue zu gehen. Einfach um das hier optisch auch nochmal ein bisschen zu liften. Und das ist auch ein sehr schöner Look geworden mit dieser Palette hier. Das ist die Palette Rosé in the Air. Finde ich wirklich super, super schön. Hat mir echt Spaß gemacht, damit zu spielen und freue mich auch schon ganz doll auf die weitere Verwendung. Ja, sagt mir mal, wie ihr den Look findet. So, dann habe ich jetzt mal schnell meine Augen fertig geschminkt. Und als nächstes habe ich ein Lippenprodukt, auch von Wet n' Wild, was für mich noch neu ist, was ich bisher nur geswatcht habe. Und zwar ist das ein Lip Liner. Das ist der Gel Lip Liner Perfect Pout. Und das ist der Farbe Gut the Juice. Der Farbe, die Farbe. Und der hat so eine richtig schöne Farbe, die auch sehr, sehr schön zu dem Augenmakeup passt. Ich hoffe, dass er nicht zu dunkel ist, denn wenn ich das jetzt hier so rausdrehe, sieht das auf jeden Fall relativ dunkel aus. Und den trage ich mir jetzt mal auf. So, das ist jetzt einmal die Farbe aufgetragen. Auf jeden Fall sehr, sehr dunkel, wie ihr sehen könnt. Also ich finde, dass das nicht unbedingt so gut passt, die Farbe, die auf dem Deckel ist. Aber ich mag die Farbe trotzdem sehr, sehr gern. Ich finde, dass diese super dunklen Lippen jetzt meinen Augenlook wieder ein bisschen weniger dramatisch erscheinen lassen. Und ich persönlich mag ja auch meine auffällige Lippe total gern. Allerdings habe ich jetzt auch noch einen Lippenstift, den ich oben drüber auftragen will. Der ist zwar nicht von Wet n' Wild, aber trotzdem für mich irgendwie noch ganz neu. Und zwar habe ich den auch in einem Gewinnspiel gewonnen. Und zwar von Maybelline. Das ist dieser hier. Das ist der Ultimate Lippenstift. Und der hat die Farbe More Buff. Ich bin auf jeden Fall auch ganz gespannt. Hat halt so eine ganz normale Lippenstiftform. Und ich glaube, dass es sehr schön ist, um die ganze Sache auch wieder ein bisschen aufzuhellen. Ja, und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich persönlich achte, wenn ich so diesen Embree-Effekt mache, immer darauf, dass ich das meiste von dem hellen dann wirklich innen zentriere. Und ich gehe innen dann auch relativ weit mit außen an die Kontur. Und das macht, dass meine Lippen viel voller wirken. Und ich finde diesen Look total schön. Ihr könnt mir jetzt mal schreiben, ob ihr das auch so schön findet wie ich. Ich mag es gerade total gern. Ich persönlich würde den Look im Alltag schon tragen. Vielleicht nicht unbedingt zur Arbeit. Aber wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe oder so. Wenn dann die Maskenzeit irgendwann vorbei ist. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht auf einer Hochzeit oder so tragen. Aber jederzeit zum Geburtstag oder sowas. Für eine Hochzeit ist es mir einfach ein bisschen zu sehr auffällig. Bei einer Hochzeit möchte man ja auch, dass die Braut heraussticht und nicht man selbst. Aber ich mag das persönlich total gern. Und ich freue mich richtig, dass ich diese Produkte jetzt ausprobiert habe. Schreibt mir doch gerne ganz viele Kommentare unten rein, wie ihr es findet. Was euch vielleicht auch am besten gefallen hat an diesem Look, an diesen Produkten. Und ich bedanke mich jetzt natürlich bei euch allen fürs Zuschauen bis hierhin. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye, bye.